Ich bin Konrad Weizmann mit TZ. Ich habe Ihnen vor fünf Jahren die Geschichte von Shoshanna und Safit, deren großen Liebe, den Orangenhain, zum ersten Mal zugeschickt. Aber nichts ist wirklich passiert. Deshalb sitzen Sie jetzt hier. Herr Halmer, bitte, helfen Sie mir. Rosel, bitte. Vielleicht hat er Angst da unten ganz allein im Keller. Ist doch kein Kind mehr, Marlene. Das nächste Mal werde ich Ihnen eine schnelle Zahl ausbrechen. Herr Halmer, ich rede mit Ihnen. Hallo, Hund, Hilfe. Ich bin ein Führer. Ich werde mit Ihnen arbeiten. Aber nur unter Protest. Okay. Sie ist gegen die Besetzung des Westjordanlands? Schreiben Sie Gazastreifen in Kempnern. Ich fühle nicht mit einem Arschloch. Aber vielleicht ist der ambivalent. Stolz, als erstes werden Sie jetzt noch alle Folgen von Schneeflocken auf Sylt an, damit ich weiß, was Sie meinen mit Ambivalenz. Der Wunsch ist hier bei Ihnen. Bei mir ist der hier. Ich habe Leukämie. Gänsehaut. Dramaturgi kann so einfach sein. Ich finde es absolut normal, an einem Drehbuch mehrere Monate zu arbeiten. Aber Sie haben doch schon seit neun Jahren dran gearbeitet. Der Buch ist gut, der Buch ist sehr gut. Sie müssen sich ergehen, dass du Ihnen nichts von der Entführung erzählst. Oh. Oh. Der Kuckuck und der Hesel, die Arten bei den Schrauben. Wer wohl am besten singet, wer wohl am besten singet, so schön. Der Schuh des Manitou, das sind die Spätfolgen von Auschwitz. Der Schuh des Manitou, das sind die Spätfolgen von Auschwitz. Der Schuh des Manitou, das sind die Spätfolgen von Auschwitz. Der Schuh des Manitou, das sind die Spätfolgen von Auschwitz. Der Schuh des Manitou, das sind die Spätfolgen von Auschwitz.